Ja, meine lieben Freunde, wir haben wieder Dienstag und das bedeutet ein nächstes Risiko-Trade-Up-Video hier mit mir und ich bin mir gerade nicht löslich, welchen Trade-Up wir den machen sollen und ob ich das dann auch möchte. Aber ich glaube wir fangen heute an mit dem Chroma-Trade-Up und dann kommt nächste Woche, könnt ihr euch schon drauf freuen, der Bravo-Trade-Up und das wird sehr, sehr, sehr interessant beide. Da könnten wir so riesen Verlust machen, das ist unglaublich, aber wir könnten einfach so einen riesigen Gewinn machen. Aber das seht ihr alles nächste Woche am Dienstag. Und wir fangen heute an mit 10 P250-Stat-Track-Muertos, die ich jetzt mal hier rein tue. So, ich muss gucken, ich habe zwei Battles-Card, die muss man anfangen, ja gut. Gut, was können wir rausbekommen? Wir können eine AWP-Mano-War rausbekommen, bei der wir Verlust machen würden, was ich auch nicht schön finde als Skin. Oder eine Galil-Chatterbox und das, da freue ich mich ja schon riesig drauf, ja, weil die Chatterbox finde ich ein sehr, sehr schöner Skin ist, auch wenn da ein paar Totenköpfe drauf sind. Aber, ich finde es trotzdem ein sehr, sehr schöner Skin. Also, wie gesagt, 10 P250-Muertos, ich drücke hier auf Proceed, gebe hier ein, ähm, nein, ich bin mittlerweile hier, Gott, nur war eins. Ähm, was gebe ich denn hier ein? Ähm, ich gebe hier mal ein, pass mal auf, geben. Und dann mache ich so ein Herzchen hier außen rum. So, und mach das hier mal wieder zu. So. Hm, komm schon, mach schneller. Oh, ich dauere immer so lange. So, und dann bin ich echt gespannt, was wir rausbekommen werden. So, ich glaube, jetzt sollte man eigentlich nichts mehr sehen. So, diesmal werde ich die Augen nicht zu machen, weil es eigentlich nicht so ein High-Risk-Trader ist, sondern eigentlich nur ein ganz normaler Stats-Track-Trader. So, ich drücke auf Submit Contract. So. Wir sind gespannt, was wir rausbekommen. Puh, ich bin auch gespannt. Bin total angespannt. Ich bin gespannt und angespannt, ja. Und? 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 Es ist eine. Ah, es ist eine fucking Man-O-War gewesen, ey. Fuck. Scheiße, aber die Mist fehlt das. Minimalware? Minimalware? Okay. Ich hatte gar keinen Minimalware-Skin drin. Sieht denn die aus? Also, ich finde es allgemein nicht so richtig schön, AWP-Skin. Aber, ja gut, kann man nichts machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.